dann hauen wir mal alles weg was wir sehen hauen wir es weg ja wo bitte hallo uninteressant alles klar weiß ich bescheid interessant jetzt haben wir aber erst mal alle kaputt bevor ich anfange nun gut das ging ja verhältnismäßig einfach weiter geht's und ach hier steht tatsächlich noch ein dritter wie vor meinem morgenstern schade ich bin der halk ich bin grün und stark und etwas ungeschickt ist bestimmt in der hier auch noch ein geist bett mein einer ist laut meiner karte ja noch da ich habe die geist verdichtet jetzt muss ich tatsächlich einmal den raum wechseln damit er hoffentlich wieder da ist das erscheint mir nicht ganz so durchdacht worden zu sein was soll das wie es ist der platt es ist ja eine milde katastrophe ist das so wenn ich das jetzt richtig sehe ist hier noch eine truhe wo ich vielleicht genau jetzt moment ne da war meine vermutung ist auf der anderen seite vielleicht durchkomme oder von nähe von oben erscheint mir nicht ganz so logisch warte mal wo ist denn mein fanghaken das hatte ich glaube ich noch nicht probiert aber es sieht nach nichts aus warte mal gleiter 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 nein mit dem gleiter auch nicht dann nehme ich ganz einfach an dass ich von der nebentür her reinkommen naja gut jetzt dürfte hoffentlich der geist wieder da sein die nicht diesmal nicht glatt machen ich meine verdient hat das definitiv warte mal das wird näher auf platt das wäre ziemlich assig vom spiel noch ein bisschen frische luft geschnappt so jetzt gehen wir wieder rein was willst du denn das ist nicht ganz so geil wieso war ich eigentlich oben noch nicht komm ich da hoch ne da ist also der schleim den ich vorhin gesucht habe wow ja ok fast so nächster versuch fuck ah nett ja gut äh hm das muss ja irgendwie auch von hier unten gehen so lass mich mal in Ruhe du gehst mir gewaltig auf den nerven ich brauche gerade kein Lampenöl ne ich komme tatsächlich nicht dran Sauerei komm auch nirgendwo mit dem Greifhaken hin ha 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 Minikarte erstmal wieder aufrufen damit ich einen Überblick habe Moment mal das wo ich jetzt hin soll ist ja genau der Raum wo ich war puh ich habe aber sonst auf der Karte nichts wo ich sonst hin sollte mich ich finde es halt doof dass die Rüstungen nicht wieder kommen ich glaube dazu muss ich tatsächlich erst ausmachen das gibt es ja nicht haben die keinen Plan X für den Geist den man aus Versehen platt gemacht hat Scheiße nur gut ok ah ok alles klar ah aber so was mache ich denn eigentlich mit dem Vogel da oben kann ich doch auch bestimmt nur von oben oder so abschießen Hä ich dachte ich kann das ach nee warte jetzt einmal so Kugel nein was ich aber lustig finde die Kugeln wurden zurückgesetzt aber der Geist nicht ist doch scheiße so 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 jetzt verwandeln wir uns mal kurz und wenden mal Gespür an das hätte ich eigentlich im Raum nebendran schon machen können ach so ich kann also auf keine Türen öffnen warte mal hier ist ja der hier ist es ja nebenan ja ich lasse mich einfach mal überraschen so und den muss ich jetzt schauen dass ich den glaube ich noch irgendwie die ah ok nein ich bin falsch au aber ich hab ihn erwischt so alle habe ich erwischt das ist ja schön hm ernsthaft jetzt bleib bloß da liegen bleib bloß da liegen fuck hu na hä alles klar gibt es da überhaupt noch keine Möglichkeit doch hier hier ach fuck komm schon link oh du 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 ja w w du w w du du w w so ich bin jetzt genau über dem raum let it go und herzteil jawoll ist es jetzt das zweite oder das erste herzteil was sie drin gefunden habe ich weiß es nicht mehr scheiße hätte ja auch einen schritt einfach zurück gehen können aber das war mir dann zu umständlich so da habe ich eine kanone die ich scheinbar beladen muss nehme ich jetzt mal an das zuerst freihauen das war falsch geht schon mal nicht probieren wir einfach mal mal was sieht aus jetzt könnte ich da auch rausfeuern geht das alles klar nichts passiert aber hier ist nächste auffangsschale für die kugeln wie mir das scheint brauche ich tatsächlich mehrere kugeln hier sind deswegen drei kugeln auf der seite toll ernsthaft jetzt muss hier von oben versuchen drauf zu springen da habe ich schon mal eine gute zwischenlösung gefunden das spiel verhindert dass ich da drauf darf was hast du dafür nein damit wird nicht gespielt nein 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 das regt sich nicht auf sie will schon wieder zu essen obwohl es vor zwei stunden was gab nein 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 damit fangen wir gar nicht so jetzt ist halt echt die frage ich würde schon gerne probieren mal hier in die richtung zu schießen es erscheint mir auch das einzig das logische weil schauen wir mal ich bin gespannt ob das funktioniert ich wiederhole nur mal ich habe das spiel nicht so weit gespielt gehabt es ist nichts moment doch ich muss nur die türen von außen öffnen denke ich hoffe ich hoffentlich du penner alter kann hier die halbe in der richtung demolieren ist schon ganz cool so ich bin im eingangsbereich aha jetzt komme ich also von unten hoch ich bin nicht im eingangsbereich da oben alles klärchen was funktioniert cool das ist jetzt bestimmter master schlüssel ein verdammter kleiner schlüssel ist es hätte ich fast wieder das große gezückt junge 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 komme ich von hier aus hin ja sehr schön so jetzt bin ich hier die kugel liegt da auch noch denke ich mal ja sehr schön wow jetzt werde ich da was runter gefallen es wäre nicht ganz so nice gewesen jetzt bin ich wieder im eingangsbereich wenn ich mich nicht ganz schwer irre das finde ich so cool so und jetzt komme ich nämlich ganz bequem wieder hoch ok ok jetzt müsste ich kurz warten bis er sich wieder eingependelt hat um da zur truhe zu kommen aber schade dafür reicht es dann nicht hui aber hier reicht es lustig das war etwas knapp habe ich das gefühl schön festhalten link ah hier ist das zweite herzteil alles klar jetzt bin ich glücklich hui toll nein das habe ich nur gemacht um zu kontrollieren ob die rüstung wieder da ist nein ist sie nicht ich werde wohl da tatsächlich das spiel das neu starten müssen damit zu auftauchen was ich nicht jetzt vorhabe interessant macht ihr das im wahren leben auch so ihr besorgt euch einen morgenstern damit ihr über hindernisse hinweg springen könnt weil ihr dann eine gondel in bewegung setzt also ich mache das ja täglich ähh super total geile grafik total geile grafik befreistet ha wird ja eigentlich ganz easy würde ich mal sagen müßt ihr euch jetzt so aufteilen das macht ihr mit absicht ich wette wenn ich die nicht kaputt gemacht hätte hätten die sich zu so einem frostgiganten zusammengeschlossen könnte ich mir gut vorstellen ach so ich kann ja nicht nach oben schauen wenn ich das ding trage aber hier sehe ich nichts Moment wieso geht er dann aus dem spürsinn raus ich verstehe es nicht so 3 von 3 was ist dann mit der einen seele die da unten war das war am ende gar kein so ein irrlicht das war dann was anderes das war ein stimmt normaler geist hoffe ich bei mir steht zumindest auf dem pad 3 von 3 also gehe ich jetzt mal davon aus dass es so ist wie ich sage so verschlossene tür ach in dem raum bin ich ja wohl das war ja wohl mal highlight ok da ist verschlossen aber ich komme jetzt glaube ich jederzeit stimmt da komme ich ja jetzt jederzeit hoch der blog ist unten das muss ich stimmt das habe ich ganz vergessen gehen wir runter link so 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 und jetzt ok jetzt komme ich hier so hoch das passt also kann ich den schalter aktiviert ohne das was drauf stehen muss permanent wahrscheinlich nicht ok ok ah schon gelöst und zwar zack das war nur ein stinknormaler kackeisblock ähm Moment 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 jetzt nichts falsch machen ne eigentlich erst mal so ach sieh an stimmt ja da war ja was jetzt muss ich kurz überlegen gibt ja eigentlich keine normale möglichkeit den da drauf zu schieben außer außer ich mach das so ähm ähm und also Mitte und um ich die hh ich ich Nein. 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 So, jetzt müsste ich der Theorie nach ja einen hier hin bewegen. Dann könnte ich ja bequem einen da draufstellen. Aber wie stelle ich das an? Habe ich etwa schon einen Fehler gemacht? Warte mal, ich verlasse mal den Raum. Geh mal neu rein. Vielleicht ist es dann resetet. Wäre ja eigentlich ganz angenehm, wenn es so wäre. Das Spiel resetet ja scheinbar sehr ungegern Sachen. Nee, Tatsache, es bleibt alles so stehen. Das heißt, das Rätsel muss ja so zu lösen sein. Oh Mann, ey, das macht mich fertig. Zur Seite schieben bringt ja nix. Weil zack Dann hätte ich es zwar so, aber ich hätte den nicht hier. Wenn ich den jetzt aber hoch schiebe und hier hinschiebe. Ich bräuchte theoretisch nur einen hier. Und dann müsste ich die anderen versuchen, immer in das Eck da zu schieben, damit ich die hier drauf schieben kann. Oder nicht. Denke ich da falsch? Nee, eigentlich nicht. Weil wie soll ich die anderen Blöcke dann jetzt so wieder hier hinkriegen, dass die dann hier stehen bleiben? Geht ja gar nicht. Also muss es ja so gehen, dass ich die alle in die Mitte schiebe? Irgendwie zumindest. Ich habe den ja jetzt nur runtergeschoben. Guck mal, wie soll ich doch... Ich könnte... Das geht ja eigentlich. Wenn ich den jetzt hier hinschiebe, den nochmal kurz zur Seite... So, dann habe ich den nämlich schon mal da, dass ich den nach oben schieben könnte. So, und mein Plan ist jetzt, die drei hochzuschieben. Das heißt... Schiebe ich den erst mal wieder nach hinten? Nee, es macht keinen Sinn. Wie kriege ich denn das jetzt am einfachsten hin? Ich weiß es nicht. Dummes Schieberätsel. Ganz, ganz dummes Schieberätsel. Die Lösung ist bestimmt ganz easy, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Erst mein Gedanke ist, dass ich den halt hier runterschiebe. Ja, bla bla. Oder brauche ich hier noch einen Block? Nee, woher soll ich denn hier noch einen Block nehmen? Wenn ich den nämlich jetzt hier hinschiebe... Achso, dann kriege ich den ja gar nicht da weg. Oh, Mensch. Oh, Mensch. da muss ich jetzt echt überlegen wenn ich den hoch schiebe kriege ich den direkt dahin ist das scheiße man ich hätte glaube ich den eisblock in der mitte nicht entfernen dürfen kann das sein krieg ich das irgendwie so hin sortiert dass ich die von der seite auf drauf stapeln geht auch nicht man geht mir so ein keks regt mich nur auf so habe ich ursprünglich gesagt na super geht nicht mal das muss ich anschieben so dann so und jetzt müsste ich halt zusehen wie ich den da unten ranken bekomme aber wie von der anderen seite ist es ja genau dasselbe problem warte mal warte 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 so einfach in die Position zurück. Ist schon mal ganz unlogisch. Ich habe nämlich eben dran gedacht, die anderen beiden hier zur Seite zu schieben. Dann nehmen wir hier in die Mitte. Und dass ich die dann irgendwie gemeinsam wieder hier hinschiebe. Aber es geht ja nicht. Oh Gott! Ich glaube, ich mache hier mal einen kleinen Cut und überlege weiter.